Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Eine der häufigsten Fragen, die mir von Tesla-Interessenten immer wieder gestellt wird, ist, was ist eigentlich, wenn man mal einen Schaden oder ein Problem hat am Tesla? Wo fährt man denn dahin? Ich habe das bisher gar nicht wirklich beantworten können, weil ich halte dann auch nicht ein Problem. Leider hat sich das geändert und das ist eine etwas längere Geschichte, die ich euch in diesem Video zusammengefasst habe. Das Ganze hat sich über zwei Monate hinweg gezogen und begann am 8. Mai, als ich auf dem Weg nach Köln war, um den Oscar zu besuchen. Jetzt habe ich ja gerade kürzlich erst ein Video gemacht mit einem Porsche, dem E-Taycan und dabei festgestellt, dass eigentlich auch Porsche fahren ganz angenehm sein kann und vielleicht die ganzen Klischees gar nicht stimmen. Aber gerade eben auf der Autobahn hat leider ein Porsche-Fahrer genau die blödesten Klischees bestätigt. Ich kam aus einer Baustelle und fuhr auf der linken Spur und hinter mir fuhr ein Porsche Cayenne Turbo und dem war ich wohl nicht schnell genug beim Beschleunigen. Deswegen ist er auf die rechte Spur rübergezogen, an mir vorbeigebraust, dann wieder links vor mich und dann so lange auf der linken Seite auf dem Streifen gefahren, wo sehr viel Geröll lag, dass ich weder ihn noch sehen konnte, noch sein Nummernschild erkennen konnte. Und leider hat er bei dieser Gelegenheit dann einige Steine auf mein Auto geschleudert und dabei ein Loch in die Windschutzscheibe verursacht. Ja, mein erster Gedanke war, ich habe ja eine Dashcam, also schaue ich da mal nach. Vielleicht sehe ich das Nummernschild, weil der war deutlich zu schnell, er hat mich rechts überholt und hat sich nicht wirklich straßenverkehrskonform verhalten. Leider hatte ich in den letzten Wochen immer weggedrückt, wenn die Nachricht kam, dass mein USB-Laufwerk voll ist. Die letzten Videos, die noch verwertbar waren, sind von April. Fakt ist, ich habe keine Dashcam-Aufnahme und ich habe trotzdem ein Loch in der Windschutzscheibe. Mal sehen, was meine Versicherung dazu sagt. Gut, also habe ich den Schaden dann der Versicherung gemeldet. Die hat mir auch nach ein paar Tagen geantwortet und hat gesagt, wenn ich Geld sparen wolle, dann soll ich zu Carglass gehen und wenn die das reparieren, dann muss ich nicht mehr meine Selbstbeteiligung bezahlen. Also habe ich mich in die Telefonwarteschleife von Carglass eingereiht. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Ist die Größe des gesamten Schadens komplett mit einer 2-Euro-Müze abdeckbar? Und nach wenigen Minuten oder halben Stunden dann tatsächlich auch jemanden dranbekommen? Ich kann Ihnen gerne erstmal einen Besichtigungstermin geben, wo dann aber trotzdem die Zeit wäre, den noch zu reparieren. Da kann man drauf warten. Wenn das wirklich im Fahrer-Sichtbild ist, dann dürfen wir da nicht reparieren. Dann muss die Scheibe ausgetauscht werden. Gut, dann kann ich da mal morgen um 15 Uhr hin und lasse es anschauen. Super. So, da sind wir. Erstens, ich darf drinnen nicht filmen. Das ist leider verboten in der Carglass-Halle. Zweitens, das Ganze ist knapp außerhalb des Fahrersichtsfeldes. Und drittens, es ist klein genug, dass man es noch reparieren kann. Das ist ein eigentlich vollautomatischer Vorgang. Ein kleines Gerät, was eben sich automatisch an die Scheibe ansaugt, den entsprechenden Harz da reinleitet. Der wird gleichzeitig automatisch verteilt, angesaugt, abgesaugt. Die Maschine sagt auch selber, wann sie fertig ist. Er sagt, es ist so 5 bis 10 Minuten. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht filmen konnte. Weil das eben ein patentiertes oder geschütztes Verfahren ist. 20 Minutes später. So, ihr könnt es sehen. Leider, leider, leider ist die Reparatur bei Carglass, die Sofortreparatur, zwar schnell und beeindruckend gewesen. Aber das Ergebnis ist so, dass der Carglass-Mitarbeiter selber sagt, er möchte das der Versicherung nicht in Rechnung stellen. Super korrekt, der Dude, also nicht nur Espresso und alles ausgesaugt, sondern er stellt eben auch keine Rechnung an die Versicherung. Er sagt, so geht es nicht. Und ich kann jetzt entweder so fahren, dann kann es halt passieren, dass es einreist. Die Versicherung würde mir auch den Austausch der Windschutzscheibe bezahlen. Dann allerdings mit der Selbstbeteiligung, ich glaube, 150 Euro. Ja, nach diesem ersten Versuch, der leider nicht funktioniert hat, hatte ich zunächst mal bei Carglass in Singen einen Termin ausgemacht. Die riefen mich dann aber nach ein paar Tagen an und meinten, hm, also die Windschutzscheibe würden sie schon bekommen. Aber ich müsste auf jeden Fall danach noch zu Tesla und, naja, so oft hätten sie es jetzt auch noch nicht gemacht, um ehrlich zu sein, äh, äh, eigentlich noch nie. Und, naja, daraufhin habe ich erstmal in der App versucht, direkt bei Tesla einen Servicetermin auszumachen. Allerdings hat mir die App nur Winterthur und andere Schweizer Servicecenter zur Auswahl gegeben. Und ich weiß, dass ich dann keinen Leihwagen bekomme, den ich mit nach Deutschland nehmen darf. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man zwei Tage lang dann unterwegs ist und hat keinen Leihwagen. Also habe ich dann letztendlich doch in Bad Durheim im Bodyshop Stegmann angerufen, den ihr mir auch schon in Kommentaren erwähnt und empfohlen hattet. Und die waren super freundlich am Telefon und haben gleich mal gesagt, sie klären das mit der Versicherung. Und das hat dann ein paar Tage gedauert und dann sind die auch nicht wenig beschäftigt. Also hat es nochmal ein paar Tage gedauert. Ich bin in der Zwischenzeit schon wieder nach Köln gefahren. Ich war auch in Berlin, bin viele hundert Kilometer gefahren. Insgesamt hat es fast zwei Monate gedauert, bis ich dann einen Termin hatte. Und das war vor wenigen Tagen am 1. Juli und dann ging es auf zu Stegmann nach Bad Durheim. So, die nette Mitarbeiterin von Stegmann hat schon die ganzen Formalitäten erledigt. Ich habe drei Unterschriften geleistet und ich habe schon ein Ersatzfahrzeug bekommen. Und zu meiner großen Freude ein Skoda. Ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, ein Skoda-Fan und hatte mal ursprünglich überlegt, einen Skoda Octavia zu kaufen oder einen Model 3. Da ist es dann das Model 3 geworden. Aber ich bin immer noch irgendwie emotional mit Skoda verbunden. Also insofern freue ich mich jetzt einen Tag Skoda fahren zu dürfen. So, hier ist der Dennis von Stegmann. Hallo. So, hallo. Und du reparierst mir jetzt die Windschutzscheibe. Ich darf an dein Fahrzeug, genau, und darf es reparieren. Erklär mir mal kurz, die von K-Glas haben ja von sich aus gesagt, sie können die nicht wirklich ersetzen. Woran liegt denn das? Eigentlich geht es am Schluss wirklich nachher um die Kalibrierung der Scheibe. Theoretisch könnte das jeder Tesla-Fahrer nachher selber kalibrieren. Okay. Aber dann jetzt geht es ein bisschen in die Technik. Also hier haben wir unsere Triple Cam, die kennen wir alle. Und hier oben haben wir noch so einen weißen Punkt, der ist euch bestimmt allen schon aufgefallen. Hier sitzt nochmal so ein ganz kleiner Sensor, wie so ein Regensensor, der nachher diese Wischautomatik mitsteuern sollte oder mitverantwortlich wäre. Die, die sowieso nicht so gut funktioniert. Ja, wir kennen es doch alle. Den muss man programmieren. Das heißt also, ich habe erstmal mit dem Fahrzeug, wir kleben die Scheibe ein. Dann machen wir erstmal ein Software-Update auf die Scheibe, dass die jetzt dann zum Fahrzeug passt. Dann funktioniert unsere Wischautomatik wieder. Und dann geht es natürlich um die Einstellung der Kamera. Ihr könnt immer selber kalibrieren drücken, aber dafür nimmt das Fahrzeug an, dass eure Kamera passt oder die Einstellung stimmt. Und am Model 3 können wir die Einstellung ändern. Und das ist jetzt die Krux an der Geschichte. Wir müssen jetzt mit der Toolbox auf das Fahrzeug uns aufschalten. Wir müssen ein Foto machen nach den Vorgaben, wie es Tesla vorgibt. Stimmen die drei Kameralinsen mit der Vorgabe überein. Und wenn es passt, dann machen wir eine Kalibrierungsfahrt. Super, dann bin ich morgen wieder da. Die Scheibe wird heute eingeklebt. Morgen machen wir dann die Kalibrierungsfahrten morgen früh, weil wir fahren ungern, wenn die Scheibe noch ganz frisch ist. Und dann, wenn das alles passt und wir wissen, dass der Autopilot seine vollständige Funktion wieder hat, dann übergeben wir das Auto sehr gerne wieder an dich. Top, vielen Dank und bis morgen. Bis morgen. Ciao. Der nächste Tag und da ist wieder der Dennis. So, hallo Tobias. Hast es geklappt mit dem Auto? Ja, alles gut. Da ist er, das gute Stück. Ja, sieht sehr gut aus. Genau. Scheibe ist neu. Du hast mir ein paar Bilder geschickt. Ich habe dir ein paar Bilder, so ein Speed-Up-Video mal gemacht, so nebenher während der Reparatur. Also, was ich interessant finde, ist, dass die Kamera, ist das richtig, hängt an der Scheibe dran? Genau. Die ist auf die Scheibe draufgeschraubt. Okay. Und das heißt, bevor du die Scheibe einsetzt, machst du die Kamera wieder drauf? Genau. Und hinterher, und das war das, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, muss das Ding wieder kalibriert werden, dass diese drei Augen von der Kamera wieder passen. Genau. Und das macht ihr mit diesem Verfahren, mit diesem schwarzen, weißen Kästchen da? Genau. Also, das Verfahren ist an sich nicht neu. Also, das macht jeder Autohersteller, hat eigentlich so eine Tafel, verschiedene Tafeln gibt es. Tesla hat jetzt die Tafel, wo ihr jetzt noch seht. Und danach richtet man die Kamera aus. Okay. Und das Auto zeigt einem nachher, wo quasi meine Kamera steht. Und ich kann die jetzt bei Model 3 in der Höhe einstellen, sodass ich nachher, wie wir es bei dir auch gemacht haben, den idealen Mittelpunkt habe, damit die Kamera ordnungsgemäß funktionieren kann und sich danach selbst kalibrieren kann. Ich hatte im Winter mal Probleme mit der Kamera, weil in diesen Kästchen sich sozusagen Kondenswasser oder sowas gesammelt hat. Und dann wurde die blind. Dann musste ich mit Heizung drauf gehen. Ist das normal oder ist das ein Fehler, weil es nicht gedichtet war vorher? Also, das gibt es ab und zu. Kann aber jetzt immer noch passieren. Ja, genau. Habe ich bei meinem oder bei unseren Teslas haben wir das auch. Dass je nachdem, wie das Fahrzeug draußen steht oder Feuchtigkeit auch sich im Fahrzeug befindet, einfach die Scheiben innen beschlagen. Und bis die Heizung nachher das darum aufgelöst hat, dauert es vielleicht einen Moment. Genau. Und was ich auch schon gesehen habe von außen, das gucke ich mir jetzt aber von innen an. Haha, ist das hier fest. Hurra. Jawohl. Da waren Zapfen abgebrochen oder wie? Ja, da waren die zwei Clips nicht richtig drin oder verdrückt und dadurch nicht richtig montiert. Kleinigkeit, aber manchmal ärgerlich einfach in der Optik. Vielen Dank. Vollgeladen ist er auch. Ja. Sehr gut. Ich habe ja gerade mit dem Leihwagen getankt. Ungewöhnliches Gefühl. Ja, war gar nicht so billig. Also man staunt auch, was Benzin kostet. Definitiv, ja. Und ich habe den tatsächlich auch beim Nachhausefahren erstmal abgewürgt nach der Autobahn, weil ich nicht mehr wusste, dass man runterschalten muss, wenn man langsamer wird. Seit wann gibt es denn euch mit dem Bodyshop hier in Bad Dürheim? Also wir sind Ende 2017 aufgeschalten worden. Ab 2018 waren wir dann, Anfang 2018, Januar haben wir voll gestartet mit Tesla. Genau, also sind wir noch in der Zeit von Model S und X eigentlich groß geworden. Und was könnt ihr alles und was könnt ihr nicht? Also könnt du mal alles. Der Bodyshop ist eigentlich für Unfallschäden da, wenn Sachen auch sind, gerade Karosserie und Lack. Auch wir kriegen nur Teile, die Servicecenter nicht bekommt. Das sind zum Beispiel Seitenteile oder gerade so Strukturteile. Wir müssen da auch alle zwei Jahre Schweißprüfungen ablegen und uns weiterhin auch verifizieren lassen, dass das alles seinen Bestand hat, dass wir diese Teile überhaupt geliefert bekommen. Und wir als Bodyshop haben auch die strikte Order von Tesla. Wir dürfen keine Teile extern verkaufen. Wenn es was am Motor wäre oder am Getriebe oder so, dann würde man ins Servicecenter fahren. Genau. Vielen Dank, Dennis. Dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Danke. Macht's gut. Eine gute Zeit dir. Bis dann. Also, ciao. Ciao. Tja, mein Fazit. Ich habe zwei Monate Wartezeit gehabt. Ich habe vielleicht fünf, sechs Stunden in Fahrerei, Warterei, Telefoniererei und Bürokratiekram investiert. Es hat mich 150 Euro Selbstbeteiligung gekostet und 30 Euro für den Tank, den ich von meinem Mietauto hatte. Danke nochmal dafür an den Porsche Cayenne-Fahrer. Dafür habe ich eine nagelneue Windschutzscheibe, eine endlich mal nicht mehr klappernde A-Säulenverkleidung und ein von innen wie außen sauberes Auto mit voller Batterie. Was will man mehr? Das hat sich eigentlich schon fast gelohnt. Ich habe außerdem den netten Dennis kennengelernt und ja, endlich mal wieder ein bisschen aus Konstanz rauskommen können. Ich hoffe, ihr fandet das ein interessantes Video. Kommentiert doch mal unten, was ihr für Erfahrungen habt mit Tesla-Service oder für Fragen. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dad.